Mario Gomez und seine Frau Carina erwarten ihr erstes Kind. Diese schöne Nachricht hat der Fußballer jetzt bestätigt. Ein bisschen dauert es aber noch. Mehr zum Thema Jessy und ich sind schwanger, Baby News, GZSZ-Tourgestein wird Papa Leute, gerührter Jemmy Kimmel moderiert mit krankem Sohn der 32-jährige Wolfsburg-Spieler und seine Carina erwarten ihr erstes Kind im Frühjahr. Laut Bild soll die Blondine im fünften Monat schwanger sein. Der werdende Papa bestätigt der Zeitung derweil, ja, es stimmt, wir bekommen Nachwuchs. Wir freuen uns sehr alles andere ist privat. Über das Geschlecht des Nachwuchses und den Namen werden wir laut diesem Statement in nächster Zeit wohl nichts erfahren. Das ganz private Glück sei ihnen gegönnt.